Ich kann schon mal sagen, was für ein Song wir spielen, der bewegt sich zwischen A-Moll und C-Dur. Ich war mal ein großer Hit, der früher im Band-Moll gespielt hat, weil das Sounds of the Desert. Immer toll abgerömmtet. Hercitation, Loox. 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 Herc Animation, Loox. Das war's für heute. 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 Yeah. Das war's für heute.